Also, Marcia. Die einzigen Hinweise auf Hocan deuten in die Düsterlande. Der Weg dorthin wird nach Süden. Marcia, eine Botin des Ordens, in den südlichen Landen soll mehr wissen. Im Süden vom Grauford beginnt das Windwallgebirge. Dort soll sich Marcia im Gebiet des Hauses Halid aufhalten. Und ja, wir haben gerade eben, auch wenn es nur so erwähnt wurde... Oh, Zarim, du hast eine Quest? Seid gegrüßt, Fremder! Aonies Licht, Ordensritter. Was tragte da in der Hand? Das hier? Das sollte einmal eine ganz besondere Armbrust werden. Aber ich habe die Hoffnung fast aufgegeben, sie noch fertigstellen zu können. Ich wollte sie aus dem edlen Holz der Schwarzei befertigen. Doch dieser Baum ist inzwischen sehr selten geworden. Früher, in den alten Zeiten, waren die Wälder noch reich an diesem Holz. Man hat viele gute Bögen daraus geschnitzt. Aber seit der Herrschaft des Zirkels findet man die Schwarzeibe kaum noch. Ja, Schwarzeibe. Zarim, eine der Ordensritter in Graufwand, versucht, eine besondere Armbrust aus Schwarzeibe herzustellen. Finde deinen Bogen aus Schwarzeibe. Zarim aus Graufwand wird eine Armbrust aus Schwarzeibe herzustellen. Früher, als der Baum noch verbreitet war, wurden viele gute Bögen aus dem Material hergestellt. Vielleicht könnt ihr irgendwo einen alten Bogen aus Schwarzeibe finden. Gut. Jetzt gehen wir erst zur Händlerin hier oben. Also zur Waldis und geben ihr ihr Zeug, damit wir die Wundtinktur kriegen. Unser Zahnbrecher hat nichts Neues für uns, oder? Oh, Tank. Der hat wahrscheinlich auch eine neue Kriste. Ah, Freund, ihr seid es wieder! Diesen Zahn hier habe ich gefunden. Könnt ihr damit etwas anfangen? Warte, welchen Zahn? Ach, Orkzahn. Ja, okay. Ah, Freund. Diesen Zahn hier habe ich gefunden. Könnt ihr etwas damit anfangen? Tatsächlich! Ein schönes Stück für meine Sammlung. Hier, nehmt dies als Vergeltung. Erfahrungspunkte und... Ein Silber, okay. Was soll es sein? Ein Schwert für den Bruder? Oder ein Dolch für die Liebschaft? Was meint ihr? Schon gut. Die meisten Leute, die zu mir kommen, hängen eher düsteren Gedanken nach, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich fertige Werkzeuge des Todes. Keine Fleischermesser oder Milizschwerter. Dafür mögt ihr auf den Markt gehen. Also was begehrt ihr von Ork-Tank, Krieger? Fertigt ihr auch Rüstungen, Ork-Tank? Fertigt ihr auch Rüstungen, Ork-Tank? Selten. Ein guter Panzer dauert einfach zu lange. Zudem mangelt es meist an dem nötigen Material. Ihr habt also schon Rüstungen geschmiedet? Ich fertigte einst eine Rüstung aus gleißendem Mondsilber. Die einzige, die je von Menschenhand geschaffen wurde. Tag und Tag standen Sunda und ich schwitzend an der Esse. Wir brachten all unser Können und Wissen auf, um diese eine Rüstung zu fertigen. Sie war für den größten Krieger bestimmt, den die Menschenreiche je gesehen haben. Was ist aus der Rüstung geworden? Amra hat sie getragen, als er auszog, um Lea zu suchen. Was aus ihm geworden ist? Ich weiß es nicht. Er ist nie von seiner Reise zurückgekehrt. Mein alter Lehrling Sunda hat eine Weile nach Amra gesucht, aber ohne Erfolg. Er hat jetzt eine Schmiede in Lianon. Falls ihr ihn trefft, grüßt ihn von mir. Ja, könnt ihr mir eine gute Waffe schmieden? Könnt ihr mir eine gute Waffe schmieden? Ich könnte euch eine Waffe schmieden, von der ihr nicht einmal zu träumen wagt, Krieger. Doch dafür benötige ich Material, das kostbarer ist als ein Königreich. Wovon sprecht ihr? Unter den Untoten im Süden der Windwallberge gibt es einige von solcher Bosheit, dass ihre verdorbene Seele zu Stein geworden ist. Diesen Steinen wohnt eine große, unheilige Kraft inne. Bringt mir die fünf Seelensteine und ihr sollt eine Waffe erhalten, wie ihr sie noch nicht gesehen habt. Gut, also zwei neue Quests. Amra und Leia. Orthan in Grauford berichtet von einer mächtigen Rüstung, die er einst für den Krieger Amra fertigte. Was aus Amra und seiner Rüstung wurde, ist unbekannt. Sprecht ihm mit Sunda in Lianon wegen Amras Rüstung. Orthan hat berichtet, dass er zusammen mit Sunda eine große Rüstung für den Krieger Amra gefertigt hat. Sunda weiß wohl etwas darüber, was aus der Rüstung geworden ist. Ja. Orthan, der dunkle Schmied in Grauford kann eine besondere Waffe aus dem Seelenstein von Untoten fertigen. Sammelt die fünf Seelensteine. Orthan, der dunkle Schmied, sagt er, können eine hervorgangende Waffe schmieren, indem er fünf Seelensteine mächtiger Untote in sie einbettet. Mhm. Dann haben wir hier noch Goran. Und ja, hier unten ist immer noch der Zwerg. Was? Was wollt ihr? Zieht eures Weges und belästigt nicht rechtschaffende Bürger. Was tut ihr hier? Das seht ihr doch, mich mit Dummköpfen wie euch herumärgern. Und wenn dann noch Zeit bleibt, studiere ich alte Schriften und fertige Übersetzungen. Ihr seid ein Schriftgelehrter? Nein, ich bin der Nachtwächter. Natürlich bin ich Schriftgelehrter. Und ein Guter dazu. Also, was gibt es? Oder etwas Arroganter. Von dir nix. Gut. Wir sollten hier dann übrigens noch mal einen Händler suchen, dem wir Zeug verkaufen können. Also Zeug, was wir nicht brauchen und nicht benutzen. Ja, Halid, Koperat, das sind die. Das ist das nächste Haus, was wir jetzt begegnen. Also, wir sind jetzt schon Wulfgar begegnet, die Graufurt. Kontrollieren, sage ich jetzt einfach mal. Wir sind Leonidar begegnet. Da oben, die Lianon. Kontrollieren. Wir sind den Utranern begegnet. Die Utran kontrollieren. Und jetzt sind wir den Halid begegnet, die Halid kontrollieren. So, was wissen wir? Sie sind hier. Sie sind hier. Aronir, sende dein Licht. Vertreibe die Schatten. Ihr solltet einen Heiler aufsuchen, Freund. Ihr seid krank. Nein, nicht krank. Wissend. Und dennoch blind. Ich sehe nicht die Schatten unter dem Licht. Sehe nicht das Grauen, das zu mir hinaufkriecht. Erzählt der Reihe nach. Verzeiht, ich bin Kastagir, ein Adept der dunklen Künste. Glaubt mir, ich kenne die Geschöpfe des Lichts und ich weiß um die Kreaturen der Finsternis. Doch in den Schatten lauert eine Macht, die grausamer ist als alle Wesen, die diese Welt jemals hervorbringen wird. Dort wartet etwas Fremdes, Unheimliches. Nicht sichtbar für das Auge, es sei denn, wenn sie töten. Dann erblickt man ihre dunklen Schemen und es ist das Letzte, was man sieht. Nur wenige wissen von ihnen. Mein Meister starb durch ihre Hand. Ich muss ihr Geheimnis ergründen. Ich habe keine andere Wahl. Vielleicht sind sie ja schon hier, zwischen uns, lauernd. Gibt es keinen Zauber, der euch schützen kann? Nein, kein Fluch kann sie schrecken. Der Ring, der Ring ist der einzige Weg. Mein Meister erzählte mir von ihm, bevor er starb. Doch er nahm sein Wissen mit ins Grab. Ja, er redet von der Schattenwelt, den Schatten. Castagir in der Kommandos Graufurt berichtet von seltsamen Wesen, die unsichtbar und tödlich einen finsteren Plan verfolgen. Castagir in Fraufurt berichtet von Schatten unsichtbaren, grausamen Wesen. Der Schlüssel zu ihm im Geheimnis ist ein Ring, von dem Castagirs Meister berichtet, bevor er von den Schatten ermordet wurde. Und ja, mit Schatten sind böse Wesen gemeint, denen wir hier in Spellforce 1 sogar noch begegnen werden. Oh, Sintus, der Kaufmann, hat auch was zu sagen. Und dann ist da vorne Sandor, mal gucken, ob der was zu sagen hat. Ah, ein Abenteurer. Ich hoffe, ihr macht keine langen Finger, sonst sind sie ganz schnell ab, hört ihr? Welche Waren bietet ihr Pfeil? Ich handle mit Dingen, die wohl euer Vorstellungsvermögen übersteigen dürften. Ganz zu schweigen von euren Geldbeutel. Also, geht besser weiter. Okay, der hat nichts für uns. Irgendwer von Graufurt mit einem Eimer. Gut, dann reden wir mal noch mit Sandor. Gucken, ob der was zu sagen hat. Dann ist hier unsere Näherin, für die wir viel Zeug haben. Ah, ein Abenteurer. Kommt näher. Bringt ein wenig Zerstreuung in den Arbeitstag eines einfachen Schusters. Erzählt mir von euren Abenteuern. Ich bin kein Abenteurer, mein Freund. Nein? Ihr seht aber verflucht wie einer aus. Was ist? Wollt ihr vielleicht ein kleines Abenteuer erleben? Meine Zeit ist begrenzt. Ach was, ziert euch nicht. Hört mir für einen Moment zu. Es wird euch sicher interessieren. Alte Schätze und alte Geheimnisse. Gut, erzählt. Gut. Erzählt mir von euren Geheimnissen, Freund Schuster. Sandor ist mein Name. Also, vor einigen Tagen streifte ich durch die Berge nahe dem Schattenpass, auf der Suche nach alten Gegenständen, als äh... Am Schattenpass im Land der Goblins? Ist das eure Geschichte oder meine? Wo war ich? Ach ja. Nun, als ich also dort meines Weges ging, vernahm ich plötzlich seltsame Geräusche, wie das entfernte Echo von Stimmen. Ich fand drei verschiedene Stellen, an denen alte Grabsteine standen. Aus jedem einzelnen von ihnen schien dieses Raunen zu dringen. Habt ihr es näher untersucht? Nein, ich bin nur ein Schuster. Dort lagen überall Knochen rum. Und als ich näher trat, lief ein Zittern durch sie hindurch. Da bin ich gelaufen, so schnell ich konnte. Die Grabsteine stehen nicht hier in der Stadt. Es sind Grabmäler draußen in den Bergen. Einer steht im Norden, einer im Süden und einer im Südwesten. Untersucht die drei Grabsteine und kehrt danach hierher zurück und erzählt mir davon. Aber seht euch vor, Stimmen aus Grabsteinen? Stimmen, wie Echos aus weiter Ferne, wispernd in einer seltsamen Sprache. Ja, dafür sollten wir Truppen vom Monument aufbauen ein bisschen. Wenn wir das dann irgendwann mal angehen, habe ich jetzt heute so noch nicht vor. Also, Echos. Sando hat in den Bergen nahe Grauf und seltsame Geräusche an einigen Orten gehört. Da es immer wieder die gleichen Orte sind, glaubt er, dass es ein alter Bann ist. Ja, Sando hat die drei Orte beschrieben, an denen die Geräusche zu hören waren. Es sind alte, Grabsteinartige Felsen. Er erwähnte, dass es dort auch unheimliches Knirschen von Knochen gehört hat. Ja, die Grabstein untersuchen. Wie oft habe ich euch schon gesagt, dass mein Elfengarn links herum aufdreht? Das ist doch nicht schwer. Liest es von meinen Lippen ab. Links, hä, rum. Ich bin nur von Narren umgeben. Und wer seid ihr überhaupt? Ich. Ist ja auch ganz gleich. Ihr seid bestimmt nicht hier, um Maul auf den Pfeil zu halten. Fügt all meinem Elend ruhig noch ein weiteres hinzu. Und, was kann Tanara für euch tun? Nicht so biestig sein. Ja, beschädigen wir erst mal ihren Tag mit der Seide. Kalina meinte, ihr könntet etwas mit dieser Seide hier anfangen. Kalina meinte, ihr könntet etwas mit dieser Seide hier anfangen. Hm, Seide einer großen alten Spinne. Sowas ist nur äußerst schwer zu bekommen. Was wollt ihr dafür? Was bietet ihr? Hm, wie wäre es mit einem Handel? Ihr gebt mir die Seide und ich verrate euch dafür, wie ihr an eine wundervolle magische Robe kommt, wie sie kein Zweiter in den Nordreichen trägt. Die Robe wäre für mich sicherlich von größerem Wert als diese Seide. Sprecht weiter. Ich benötige allerdings zwei unterschiedliche Arten solcher Spinnenseide. Zum einen eine dunkle Seide, wie sie von den großen Felsspinnen der Berge gewoben wird. Zum anderen eine Lichtseide, welche die Phantomspinnen der Düsterlande weben. Bringt mir ein Teil dunkle und zwei Teile Lichtseide. Dann werde ich für euch eine Robe wirken, die eine große magische Kraft aus dem Widerspruch dieser gegensätzlichen magischen Seiden zieht. Und dann werde ich für euch ein Teil dunkle auf dem Widerspruch 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 auf